Erstmal ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe der Sendung Powerplay, dem Salzburger Hockermagazin hier bei uns auf FS1. In dieser Ausgabe darf ich euch ein U11-Spiel präsentieren und zwar jenes zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Graz 99ers. Wir sehen also gleich das erste Drittel dieser Begegnung. Die Meisterschaft spielt eine Altersklasse U11 zwischen dem EC Red Bull Salzburg und den Graz 99ers zunächst einmal die spazspielenden Gäste, die mit Lauren Haslsteiner die Tor begannen am Punkt. Wiederum ein neuer Pass, aber gut aufgepasst von der Abwehr der U11. Er steht logischerweise los zu Null. Für meine Begriffe etwas zu weit vorgelegt und Leonhard Mayer beginnt auf Seiten des EC Red Bull Salzburg im Tor. Jetzt wieder die Salzburger an der Scheibe. Hier ein kurzer Zweikampf. Schöner Pass, aber der Pass kommt nicht an. Somit keine wirkliche Gefahr für das Tor der Gastgeber. Schiedsrichter sollte ich euch auch bei der Gelegenheit noch vorstellen. Es ist zum einen Wolfgang Griller und Florian Viertaner. Bei diesem Spiel sind übrigens 39 Zuschauer in der Eishalle. Hier bislang ein ausgeglichenes Spielschen, wo das Spielschirm wie schon erwähnt 0 zu 0 lautet. Und das entspricht auch dem Spielverlauf. Kein einziger Torschuss bisher. Das kann sich auch noch ändern. Erster Torschuss. Und Tor! 1 zu 0. Herrlich herausgespielt von der Nummer 36, Benedikt Huber. Ja. Hier wäre es für einen Freuter natürlich wichtig, das kurze Eck abzudecken. Und ja. Somit ist dieser Schuss für mich nicht ganz unhaltbar. Die Gastgeber gehen in Führung, was natürlich diesem Spiel auch sehr gut tut. Da. Kein fallentscheidender Schiedsrichter und das aus meiner Sicht auch völlig zu Recht. Schuss. Gut aufgepasst von dem Gastgeber. Jetzt geht's ja in Führung in Salzburg. Schuss. Weg mit der Scheibe. Jetzt wieder die Salzburger. Gott. Gott. Pass. Ach, da könnte man durchaus mehr machen, aus dieser Gelegenheit. Wiederum die Salzburger in der Scheibe. Gut gemacht, super, vom Torhüter, der Gastgeber, Leonhard Meier, mit der 130, haben wir gerade einen herrlichen Mitzrecht gesehrt. Von der Möglichkeit wird das vielleicht das zweite, nein, schaut nicht so aus. Dafür die Kratzen ein kleines. Das war jetzt wirklich ein Pizze von Leonhard Meier, der wirklich einen großartigen Einsatz zeigt. Wirklich sehr, sehr schön gemacht, kann ich als Null dazu nur sagen. Dann gibt es wieder Puli vor dem Tor von Leonhard Meier. Schuss und abgewehrt. Wiederum ein Gärlinger Seed an Leonhard Meier, der den Pug sicher fangen konnte. Und das gibt, wie eigentlich logisch, dies der neu Puli. 1 zu 0 der erfreuliche Zwischenstand aus Sicht. Der Salzburger. Und das wird ausgabelt. Jetzt wieder eine schöne Quartiermöglichkeit. Wird ja nicht attraktiert. Schuss. Uh, das war jetzt wieder ein ehrlicher Seed von Lauren Hasensteiner. Heute, der Gäste. Und wiederum eine schöne Quartiermöglichkeit. Ah, hinter dem Tor von Leonhard Meier vorbei. Bislang ein durchaus feieres Spiel. Das sind immer noch die Gäste in der eigenen Verteidigungszone. Und hinter dem Tor von Leonhard Meier. Hasensteiner. Der in dieser Begegnung schon einmal hinter sich breiten musste. Jetzt wieder ein Schuss. Uh. Herrlich gemacht von Leonhard Meier, der sich ein weiteres Mal auszeichnen konnte. Die Musik nur, big микrat Risiken nur das. Drei, vier, vier, vier. Drei. 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 Drei, vier, 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 vier! Drei, vier. Vorsichtespère, Drei, vier, vier. Drei, vier, vier diese Musik. Drei, vier. Drei, vier, vier, vier. Und wiederum ist das Spiel unterbrochen. Eske Bulle in der neutralen Zone. Bislang ein absolut interessantes Spiel. Das jetzt verbrochen ist. Und mit einem Pulle in der neutralen Zone. Bis jetzt hier. Ja, sehr weit vorgelegt. Schießt sich der Trenn allerdings auf keinen Eisling. Denn das Eisling hebt sich auf, wenn ein Spieler die Chance hat, den Hook zu erlaufen. Jetzt wieder eine schöne Kontomöglichkeit. Ja. Vielleicht etwas genauer passen. Und ja, Schwenke war von Vorhütter, der Geste, Laurin Asensteiner. Jetzt wieder die Geste am Hook. Aber der Abwehr des EZ von Salzburg konnte sehr, sehr gut klären. Ja. 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 易 Zeit. Ja. Sehr gut. Na gut. Ja. 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 Das preventiert. Ja. 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 Nach wie vor 1 zu 0. Pass. Und Wolf von Keller zeigt eine Strafe an, die nicht sofort geflitten wird. Jawohl, da gibt es gleich die erste Strafe. Es trifft die Nummer 18, Fabian Windhofer, 2 Strafminuten wegen Acken. Somit Powerplay für die nächste Ausgabe. Schuss. Der Bock geht noch am Tor vorbei. Zum Thema Strafen ist zu sagen, dass das Spiel eigentlich bislang sehr färber lief. Und diese 2 Minuten Strafe war die erste dieser Begegnung. Noch sind die KZ-Leibgeneins am Punkt. Gut gemacht von Leon Hartmeier. Schuss und Tor. Da ist der Ausgleich zum 1 zu 1 im Powerplay. Der Tor-Schütze war die Nummer 10, der Glatzenenten eines, Leo Oswald. Alles wieder offen und natürlich das Powerplay auch gerundet. Das war es mit. Du hast es einen dich aber zu sehen. Alles wieder dabei! Ah, wenn God das nuevos Centerk bei Kneim. Immer noch die Kratzen hinein, dass er seine Scheibe sehr schön gemacht hat, dieses Mal von Leonhard Mayer, vollkommen zurecht, ein Applaus. Gut gemacht. Ja, die Jungs von Leonhard Mayer können schon sehr, sehr gut spielen. Fällt mir bisher das Spiel recht gut. Jungs, etwas mehr Einsatz. Die Daumen, wir passen. Und wir befinden uns natürlich schon in der Schlussphase dieses ersten Drittels. Sehen wir hier noch ein Tor? Wir sind gespannt. Wie leicht geht's? Zieht ab. Zieht an sich fest. A. Ja. Gut aufgepasst. Von Bolle, der Gnäste. Laubin Haselsteiner, der Bolle. Vor dem Unterpart der Grazer. Schuss. Der Puck geht zunächst am Tor vorbei. Soll der abziehen. Und Tor! Da ist das 2 zu 1 für die Gastgewehr. Der Torschütze war die Nummer 15, Raphael Duncan. Ehrlich gemacht und keine Chance für Lauren Haselsteiner im Tor der Gäste. Da geht was zu machen. Es sind nur wenige Sekunden in diesem ersten Drittel zu spielen. Und dieses erste Drittel endet mit 2 zu 1. So, ich möchte euch natürlich auch in der ersten Drittelpause noch weitere Ergebnisse verraten. Und zwar aus der Landesliga das 2 zu 5 zwischen dem EC Niedernseel und den Nuracher Bulls. Eins im Rahmen der ersten Landesliga. Und auch die Damen mussten sich im Supercup der European Women Hockey League gegen Planet mit 2 zu 3 geschlagen geben. Setzen sich gegen die Lakers aus Kärnten allerdings ebenfalls in der European Women Hockey League mit 2 zu 1 durch. Erfreundliches gibt es auch von der Bundesliga Mannschaft des EC Red Bull Salzburg zu vermelden. 5 zu 2 auswärts in Ungarn. Wir gratulieren auf diesem Weg. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem zweiten Drittel der Begegnung EC Red Bull Salzburg gegen Graz 99ers und zwar in der Altersklasse UL. begann mit einer 2 zu 1 Führung für den Gastgeber. Jetzt wieder die Graz 99ers und Leon Hartmeier zählt es an. Es gibt Reising. Somit Bullen vor dem Tor der Graz 99ers, bei denen nach wie vor Lauren Hasselsteiner im Tor steht. Können die Reisbohren nachsetzen oder gelingt ein Graz 99ers der Ausgleich? Wir sind auf jeden Fall gespannt. Zunächst ein Angriff der Graz 99ers. Scheitert allerdings an Leon Hartmeier, der genau richtig gestatten ist. Schöne Kontermöglichkeit. Sollte er abziehen. Ja, vielleicht etwas früher abziehen. Und nicht nur herumspielen. Mal einen Schussriffbeeren. Hartspeere. Durchaus Hartserfolgsrezept. Im Eisriffbeeren. Jetzt wieder ein Schuss. Immer noch 2 zu 1 Führung für den Gastgeber. Uh! Kein abseitsentscheidende Schiedsrichter. Die bisher Solmhardt-Dächtern hier dort wirklich vergetippt haben. Wieder die Graz 99ers. Und bislang erst eine einzige Strafe kam. Wie erwähnt gegen Varian Winkhofer vom ECR Vollsalztor der Nummer 18 gegen Acken. Jetzt wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Wird hier nicht attackiert Schuss. Und da! Da ist der Ausgleich. Durch Strifthetzer, dem Schöffel. Die Nummer 6 der Gäste. Aus Kratz. Somit der Ausgleich. Alles wieder offen. Ja, hier wäre es, wie ich es schon öfter gesagt habe. Wichtig für eine Kulierung rauszufahren. Und beim Schützen die Chance zu nehmen. Aber wie gesagt. Von herum dreht es sich natürlich leichter. Als ein 2 zu 2 der aktuelle Spielstand. Ein 1 zu 1 zu 3. Mitternacht. Unfall. Stad. Ein 1 zu 3. Dann sind die Aufmerken. Ein 1 zu 3. In der Windrad gremium. Um 2 zu 3. 1 zu 3. fort. Das ist super. Unfall. Unfall. Sämi. Das ist bericht. Gut gemacht von Leon Artenmeier, dem Beutat des EZ-Elektors Salzburg. Es gibt Uli Beutatung ausgewandt. Wir sehen, wurden die Seiten gewechselt. Und sicher gehalten von Lauren Rasensteiner auf Seiten der Gäste. Wie schon erwähnt, sitzt Nikolaus Treiner auf der Salzbahn. Und ob wir ihn noch sehen werden, das wird sich noch ertauschen. Jedenfalls sicher gehalten von Lauren Rasensteiner. Sehr schön gemacht. Schuss abgewehrt. Ja, ein Bemühen ist, den Salzburgern abzusprechen. Nur effizient könnte aus meiner Sicht etwas besser sein. Schuss. 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 Sicher gehalten. Geht nicht ins Tor der Gäste! Ja, Schösser, das nächste noch, uh, raufpassen, arg, nicht ungefährlich, wenn der Schuss etwas genauer gewesen wäre. Wiederum die gesterner Scheibe und, ja, sicher gehalten. Leonhard Mayer konnte sich ein weiteres Mal auszeichnen und einen Gegentreffer verhindern. Somit logischerweise Pulli orientiert, Herr Gasgeber. Muss. Und am Schluss scheitert nachgefragt an Leonhard Mayer. Mehr hingehen wäre natürlich jetzt durchaus ein 8-Schuss. Noch können die Salzburger ein 2 zu 2 halten. Die Frage ist nur, wie lange, wenn es so weiter geht. Es gibt jeden Fall Pulli orientiert, Herr Gasgeber. Und jetzt, glaube ich, ist die Chancenauswertung durchaus verteilt. Und das gibt eine Kontermöglichkeit. Fährt alleine auf das Tor zum Schuss. Gut. Abgewert von Leonhard Mayer. Und wiederum die Gäste. auch passen. Und Tor! Da ist das 1 zu 2. 2 zu 3 soll man es korrekt sagen. Aus Sicht der Gastgeber erzielt durch die Nummer 4, Bastian Aller und somit gehen die Gäste auch zum ersten Mal in Führung. 2 zu 3 der aktuelle Spielstand. Ja und mittlerweile haben beide Mannschaften ihre Torhüter gewechselt. Auf Seiten der Gastgeber steht nun David Falkensteiner am Eis und auf Seiten der Gäste kommt die Nummer 1, Nikolaus Greiner zu ihrem Einsatz. 2 zu 3 der aktuelle Zwischenstand. 3 zu 4 2 zu 3 4 zu 3 2 zu 3 2 zu 3 2 zu 5 1 zu 6 1 zu 4 1 zu 4 5 zu 9 über die 1 zu 9 1-2-4 gleich beim ersten Torschuss hinter sich greifen und wiederum Party Nr. 6 Konstantin Köchel auf Seiten der Gäste erfolgreich. So was ist natürlich für einen Goal alles angenehm, wenn er ins Tor kommt und gleich beim ersten Torschuss nach sich greifen muss. Aber auch das gehört zum weiteren Job dazu. Wiederum die Gastgeber. Gut gemacht. Wie gesagt, seit der Halbzeit steht David Alfensteiner anstelle von Leonhard Mayer, der bislang eine gute Leistung geboten hat zwischen Herrn Fausten. Und er bricht die Nr. 31. Jetzt geht der Schuss. Oh, herrlicher Safe von David Falkensteiner, der auch seinen ersten Chef in dieser Begegnung verzeichnen konnte. Natürlich gibt es Gulli und vor dem Spar mit Gastgeber. Das Spiel ist unterbrochen und das gibt mir Gelegenheit, euch ein Ergebnis aus der ersten Landesliga zu verraten. Der EC Nieder und Sin Islanders musste sich den Gullis aus Nurach mit 2 zu 5 geschlagen geben. Gut gemacht, herrlicher Einsatz. Heute gibt es natürlich einiges zu besprechen. Wiederum die Geste-Scheibe. Scheibe. Wert auf das Tor zu. Schuss abgewehrt! Herrlich gemacht von Gohle der Geste. Nikolaus Kleiner. Dann nimmt Gärten Nr. 1 weg. Guter Einsatz von Bein Niemes. Guter Einsatz von Bein Niemes. Jetzt geht's dir den Schuss. Schön reagiert. Jetzt geht's dir den Schuss. Schön reagiert. Und der Bucht geht am Ort vorbei. Zwei zur vierte. Aus Sicht der Gastgeber. Unerfreuliche Zwischenstand. In den Schuss. Ich-Gliersee das ist für ein Gelegen. Und das ist für ein Gelegen. Pass, wie alt es nennt ihr denn, es bleibt dran. Und da man durchaus mehr machen, vielleicht mal einen Tor-Schuss abgeben, der sicherlich jetzt in dieser Phase eine schlechte Idee ist. Der Punkt geht am Tor vorbei, in dem wie schon erwähnt, seit der Halbzeit David Palfensteiner in Nummer 31 steht. Und ja, es gibt, er dürfte ein weiteres Abseitslegen. Wolfgang Griller, der Schätzrichter, hat geschrieben und ja, es gibt Bulli in der Neukarrenzone. Wie gesagt, David Palfensteiner hat, so habe ich zumindest den Eindruck, das Gegentor bislang ganz Zerzer bereitgesteckt und konnte einige Sees verzeichnen. gut gemacht von Nikolaus aus Greiner. den Gäste-Torhüter, den wir hier mit den schwarzen Schienen sehen. Und wir befinden uns auch mittlerweile in der Schlussphase dieses zweiten Schrittes. Ja, was ist zu sagen, die Gäste haben dieses Spiel getreten und führen jetzt durchaus mit 4 zu 2. 3. So objektiv muss man auf jeden Fall sein. Es laufen die letzten Sekunden, vielleicht die letzte Aktion. noch. Gibt es noch ein Tor? Sieht nicht so aus. Gibt es noch ein Tor? Sieht nicht so aus. Im zweiten Drittel gingen die Gäste in Führung und erzielten nicht weniger als 3 Tore. Ob die Salzburger in diesem Mitteldrittel bzw. im darauffolgenden Schlussdrittel den Rückstand wegmachen können oder ob die Grazer diesen Sieg nach Hause bringen, das sehen wir jetzt. Der Schlussdrittel des Meisterschaftsspiels in der Altersklasse U11 zwischen den Red Bulls und den Graz-Mentineiners begann mit Schreiben wie Sieg. Na, Gastgeber. Was ist zu den ersten beiden Dritteln zu sagen für alle, die später eingeschaltet haben? Es steht um 2 zu 4. Die Gastgeber gingen im ersten Drittel mit 2 zu 1 in Führung, mussten allerdings im zweiten Weg tun und weniger als 3 Gegentreffer hinnehmen, sodass das Spiel schon hersehen ist, um eingeblendet 2 zu 4 lautet. Schuss von die Salzburger in Tor der Gäste. Der Speirat jetzt seit der Halbzeit Nikolaus Einer mit Nummer 1 der Graz-Mentineiners. Wiederum die Salzburger an der Scheibe. Ein bislang von beiden Seiten sehr fährt geführtes Spiel mit bislang einer einzigen Strafe im ersten Drittel gegen Fabian Wienhofer, Wirin Wägen-Acken. Auf Seiten der Gastgeber steht übrigens David Altensteiner ebenfalls seit der Halbzeit. Schuss zeigt er zunächst an David Falkensteiner, der hier einen herrlichen Safe zeigte. Neue Kontra-Möglichkeit. Schuss! Schuss! Und geht am Tor vorbei. Schuss! Gut gemacht von Nikolaus Einer mit Walter Gästeiner. Gäste, aus, Rat. Gut gemacht. Wiederum hervorragend abgewertet von Nikolaus Kleiner, heute der Gäste, der Katzenheckleiners. Und der Druck geht am Tor vorbei. Schuss. Geht über das Tor drüber. Und den Salzburger klären. Gut gemacht. Gut gemacht. Ja. Da... dürfte ein Ball gewesen sein. Ja, es gibt diesen Mal auch eine Strafe gegen die Nummer 34, Felix Baumann, wegen Feinstellens. Und somit haben wir die Gäste aus Brat. Ja, auch in der Altausklasse, wo Elf wird, ein Spiel auf 3x15 Minuten Netto-Spielzeit. Das Spiel ist also um 5 Minuten Netto-Pürzer, wie bei den Pokers. Und ab der 14 wird tatsächlich mit 3x20 Minuten Netto gespielt. Jetzt wieder die Gäste. Sehr schön gemacht von David Waltenstein, herrlicher Sef. Ja, das war nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf den Sempilern aussieht. Und dann gibt es eine weitere Strafe. Für mich nicht ganz nach, trotzdem warum. Ja, jetzt weiß ich, es ist die Nummer 9, Lustig Noel. Und auf Seiten der Gäste wird Rastian Haller auf die Strafbahn, bei der wegen übertriebener Härte. Somit nach wie vor Kauble, vierten Gäste, Strafz. Vier gegen drei aus Sicht, bei der Hand Steirer. Bislang die Strafen auf beiden Seiten 7, eher auf Seiten der Gastgeber. Sechs, drei Minuten. Und auf Seiten der Gäste sind es durch die ersten drei Minuten. Sechs zu drei. Der Pok geht allerdings über das Tor von David Waltenstein. der sich hier ein Wettbewerb auszeichnen konnte. Und somit aktuell vier gegen vier die Situation am Eis. Bei einer vier gegen vier Situation gilt geregelt als Männer ein Korte, dass beide Spieler auf der Strafbahn bleiben müssen, da beide Mannschaften ja im ausgeglichenen Spielnahe Anzahl ein Quark erzielen. Jetzt wieder die Kratzen und hinein aus dem Pok. Wiederum eine gute Zeit von den Salzburgern. Von der Möglichkeit wird sie nicht attackiert. Au, färlich gemacht. Scheitert an. David Falkenstein hat, der hier einen wahren Bix-Heft verzeichnen konnte. Super gemacht, kann ich da was sagen. Schuss. Am Tor von Nikolaus Kleiner vorbei. Und das gibt wiederum eine schöne Kontomöglichkeit. Geht über das Tor drüber. Na ja, vielleicht etwas genauer schießen. Und das Salzburgern. Einmal. Einmal. Ziegels. Hier gegen vier. Nachgefahrt die Spiele-Situation. Einmal. Ja, da liegt noch ein Tor in der Luft. Es wäre wichtig für die verteidigenden Mannschaft den Puck vom eigenen Tor wegzubringen. Denn der Puck stellt sich der verteidigenden Mannschaft eine Gefahrenquelle dar. Schuss! Gut gemacht! Ja, Nikolaus Kleiner konnte auch da einen sicherscheinenden Gegner verhindern. Wirklich ein bisschen. Jetzt aufpassen! Sehr schön gemacht von David Falkensteiner. Wir haben ja in diesem Schlussretour auch bislang sehr gut gehellt und natürlich auch einiges verzeichnen konnte. Jetzt wieder im Angriff. Gut gemacht! Gut gemacht! Und da! Da ist das! 5 zu 2! Dort die Nummer 6, Konstantin Schöffel, der Assist kam von Torschützen zum 1 zu 1. Ausgleich von der Nummer 10, Leon hat eine neue Auswahl, so ist es auf jeden Fall korrekt. 2 zu 5, er aus Sicht darf ein Puls erfreuliche Zwischenstand. Das Ganze natürlich relativ kurz vor Spielende, sowas ist natürlich für eine Mannschaft bitter. Beide Mannschaften sind wieder komplett 5 gegen 5, wie die normale Spielsituation ist. Da geht es doch schon in dieser Altersklasse ordentlich zur Sache. Mittlerweile laufen auch die letzten Minuten dieser UR11-Bewegung. Das Spiel ist natürlich schon längst entschieden. 2 zu 5, aus Sicht der Kast gewandt. Und es könnte noch das halbe Dutzend von Ordnern auf Pass sein. Sonst könnte es noch schön werden und das Mollinger warst. Und die Salzburger definitiv nicht. Jetzt wieder ein Schuss, abgewehrt von Nikolaus Greiner. Wäre wirklich jetzt noch ein weiterer Treffer für die Salzburger? Wäre durchaus der Münchenswert. Einen 1 zu 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. 3. 2. 3. Wir sehen nur noch wenige Sekunden in dieser Begegnung zum Spielen und das ist die Schlussserne. Die U11 verliert gegen die Translanty Niners mit 2 zu 5. 2 zu 5. So lautete also das aus Sicht des Ezerakpol Salzburg unerfreuliche Endergebnis und mit diesem Endergebnis sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe der Sendung Powerplay angelangt. Ich hoffe die Sendung hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche noch gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1. Vor der Kamera verabschiedet sich euer Markus. открывere Ausgabe. Wir sehen uns war großartig. Wir sehen uns mal na 1. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.